Wenn du bei deiner Uhr den Look wie neu liebst, dürften Kratzer eine ziemlich nervenaufreibende Angelegenheit, wenn nicht sogar der blanke Horror für dich sein. Das Schlimme daran, egal wie behutsam du mit einer liebgewonnenen Luxushur umgehst, egal wie sehr du sie pflegst, früher oder später wird sie Kratzer bekommen. Die Tragespuren gehören zum Hobby einfach dazu. Du kannst diesen Kampf zwar nicht gewinnen, doch du kannst dafür sorgen, dass sich die Tragespuren auf ein absolutes Minimum beschränken. Ich zeige dir 5 Tipps, wie du gröbere Kratzer und sichtbare Tragespuren an deinen Luxusuhr vermeidest. So bleibt deine Uhr garantiert länger frisch. Die meisten Uhrenunfälle passieren, weil wir einfach nicht achtsam sind. Wenn du nur ein klein wenig darauf achtest, wie du gewisse Dinge tust, bleibt deine Uhr von größeren Schrammen verschont. Achte im Alltag auf die banalsten Dinge. Immer wenn du Türen öffnest, dich im Auto anschnallst, Schlüssel benutzt oder im Supermarkt ins Kühlregal greifst, benutze einfach deine uhrenfreie Hand. So hat deine Uhr gar keine Chance, sich einen unnötigen Kratzer einzufangen. Wenn du einige Tage darauf achtest, wie du diese Dinge tust und ein wenig deine Bewegungen kontrollierst, geht es extrem schnell in Fleisch und Blut über. Falls du jetzt denkst, das ist aber komisch, kann ich das durchaus verstehen. Doch nach kürzester Zeit wird das für dich ganz normal sein und du wirst über diese Dinge nicht mehr nachdenken. Wenn du jetzt noch beim mechanischen Arbeiten aller Art auf das Tragen deiner Uhr verzichtest, ist sie in der Regel ziemlich sicher vor größeren Schrammen geschützt. Verzichte auf deine Uhr, wenn du einem Freund beim Umzug hilfst, Gartenarbeiten machst oder dein Auto staubzaugst. Kratzer an deiner Luxusuhr sind hier fast schon vorprogrammiert. Kommen Knöpfe und Reißverschlüsse von Kleidungsstücken mit deiner Uhr in Kontakt, sind Kratzer und Einschläge in der Regel nicht mehr allzu weit entfernt. Achtest du also ein wenig auf die Eigenarten deiner Kleidung, kannst du ziemlich gut vermeiden, dass deine Uhr zerkratzt werden kann, denn bei manchen Kleidungsstücken ist einfach etwas Vorsicht angesagt. Ich trage wirklich gerne Jeansjacken, diese haben jedoch die allseits bekannten Metallknöpfe an den Ärmel. Verschwindet die Uhr unter dem Ärmel, kommt sie gerne mit der Unterseite des Knopfes in Kontakt. Damit die Uhr nicht beschädigt werden kann, schlage ich einfach meine Ärmel einmal hoch. So ist die Uhr sicher und es gibt keine bösen Überraschungen. Wenn du eine Lederjacke mit Reißverschlüsseln an den Armen hast, solltest du die Reißverschlüsse auf jeden Fall hochziehen. Achte darauf, dass der Metallgriff des Reißverschlusses nicht mit deiner Uhr kollidiert, sonst wirst du dich hinterher grün und blau ärgern. T-Shirts oder Pullis mit eingearbeiteten Metallplättchen sind ebenfalls fies. Achte ein wenig auf deine Luxusuhr, wenn du solche Kleidungsstücke anziehst. Dann kannst du einige unnötige Kratzer vermeiden. Gebe deine Luxusuhren nicht in fremde Hände. Vor allem nicht an Menschen, die nichts für Uhren übrig haben. Sie sind nicht so uhrenverrückt wie du und werden deine Uhr deshalb ganz sicher nicht mit der Vorsicht behandeln, wie du es tust. Selbst bei offiziellen Consis und Uhrmachern musst du manchmal ein klein wenig aufpassen. Du willst ein Armband beim Consi wechseln lassen? Die Menschen, die hier arbeiten, wissen in der Regel, was sie tun. Doch sei dir bewusst, selbst der erfahrenste Uhrmacher kann mal einen Fehler machen. Das ist absolut menschlich und solange es im Rahmen ist, auch gar kein Thema. Leider habe ich es schon öfters bereut, Uhren in fähige Hände gegeben zu haben. Nicht jeder behandelt deine Uhr so, wie du es dir wünschst oder es erwartest. Hinterher ist das eine Toolwatch, die Kratzer gehören sich so und du bist ein ganz schwieriger Kunde. Ganz ehrlich, das mag zwar stimmen, dass es eine Toolwatch ist, allerdings bedeutet es nicht, dass ein Uhrmacher die Uhr wie ein Stück Metallblech behandeln muss. Ich habe hier wirklich schon die verrücktesten Dinge erlebt. Überlege es dir daher gut, ob der Bandwechsel wirklich sein muss oder eign es dir einfach selbst an. Kratzer tun viel weniger weh, wenn du sie selbst zu verantworten hast. Gebe deine Uhr nicht aus den Händen, dann vermeidest du nicht nur unnötige Kratzer, sondern auch unangenehme Diskussionen. Es ist völlig okay, wenn du von Zeit zu Zeit deine Luxusuhr ordentlich reinigst. Achte jedoch darauf, dass das Poliertuch immer sauber ist, wenn du deine Uhr trocknest oder feuchtsäuberst. Sonst kann es Kratzer hinterlassen. Du solltest es mit der Trockenreinigung sowieso nicht zu sehr übertreiben, denn je mehr du mit dem Poliertuch deine Uhr trocken reibst, umso mehr Schmutzpartikel können sich ansammeln, die deine Uhr zerkratzen können. Auf den matten Stellen deiner Uhr ist diese Art der Reinigung sowieso sinnlos. Ist deine Luxusuhr mindestens 100 Meter wasserdicht, kannst du sie mit Wasser und Seife reinigen. Vermeide es jedoch, eine Zahnbürste zu benutzen. In Verbindung mit mechanischer Reibung hinterlässt selbst die weiße Bürste unschöne, sichtbare Mikrokratzer. Sogar auf mattierten Flächen. Auch diese Erfahrung durfte ich bereits machen. Die unter der Sonne extrem sichtbaren Putzkratzer sind zwar nicht tief, aber extrem unschön. Sie sind viel auffälliger als die gewöhnlichen Mikrokratzer, die beim gewöhnlichen Tragen der Uhr entstehen. Übe also nie zu viel Druck aus, wenn du deine Uhr säuberst und achte immer auf sauberes Putzwerkzeug. Auf Social Media Kanäle wie Instagram habe ich wirklich schon die verrücktesten Dinge gesehen. Da fliegt mal eine Submariner aus dem vierten Stock des Hotels direkt in den Pool oder eine Patek Philipp Nautilus wird in Cappuccino getränkt. Auch wenn diese Dinge für den einen oder anderen witzig sind und in der Regel gut ankommen, das kann auch mal echt böse ins Auge gehen. Egal wie viele Likes oder Follower du dir davon versprichst, lass es lieber. Solche Dinge führen irgendwann vielleicht dazu, dass aus deiner Uhr ein Totalunfall wird. Du willst doch nicht wegen einem sinnlosen Double Wrist Roll eine Uhr mit Löcher wie ein Schweizer Käse haben, oder? Verzichte darauf, deine Luxusuhr zur Attraktion für andere zu machen. Dann führt sie garantiert ein sicheres Leben. Einen Tipp habe ich noch für dich und dieser ist wahrscheinlich sogar der wichtigste von allen. Auch wenn mit meinen 5 Tipps deine Uhr garantiert länger frisch bleibt und das Risiko von gröberen Schäden erheblich reduziert wird. Das allerwichtigste ist, mach dich nicht zu sehr verrückt und trage deine Uhr mit Spaß und Freude. Mikrokratzer gehören zum Hobby einfach dazu und lassen sich nun mal nicht vermeiden. Egal wie behutsam du deine Uhr auch trägst. Es ist auch nicht Sinn der Sache, die Uhr wie ein rohes Ei zu behandeln. Der Spaß bleibt einfach auf der Strecke, wenn du dich über jeden noch so kleinen Mikrokratzer ärgerst. Und glaube mir, ich spreche hier wirklich aus Erfahrung. Es ist schön, auf seine Dinge Acht zu geben. Du solltest jedoch nicht zu penibel sein. Hat sich deine Uhr trotz aller Vorsicht doch mal einen gröberen Kratzer zugezogen? Atme tief durch und versuche es positiv zu sehen. Deine Uhr ist jetzt individuell und erzählt ihre ganz eigene Geschichte. Sie wäre zwar ehrenvoller, wenn die Kratzer aus einem Kampf mit einem Tiger stammen würden. Gott sei Dank bist du aber einfach nur an der Türklinke hängen geblieben. Versuche Kratzer ein wenig entspannter zu sehen. Sonst wirst du mit deiner Luxusuhr nicht glücklich und kannst dieses wunderbare Hobby nicht in vollen Zügen genießen. Und mal Hand aufs Herz. Eine leichte, individuelle Patina auf einer Uhr hat doch definitiv auch ihren Reiz. Es ist ein klein wenig wie bei weißen Sneakers. Diese sehen erst dann richtig cool aus, wenn sie etwas abgetragen sind. Als ich meine Datejust gekauft habe, wollte ich den Look wie neu, so lange wie möglich aufrechterhalten. Jetzt, wo die Uhr durch das tägliche Tragen nach und nach eine leichte Patina bekommt, gefällt sie mir immer besser und besser. Kratzer gehören zum Hobby einfach dazu. Das Schöne daran, sobald du das irgendwann verinnerlicht hast, wirst du deine Uhr viel mehr genießen.